Ach ne, vom Walde. Ich muss euch sagen, Weihnachten ist vorbei. Haha. Wo sind wir denn hier herge... Mann, ihr Scheuchter... Stein... Block... Dingens. Waren wir da oben schon? Ja, hier waren wir schon, da waren wir noch nicht. Hier so. Aber das schauen wir uns auch mal an. Obwohl ich das schon wieder sehe, hier in Sackgasse. Da war noch ein bisschen Eisen. Das noch mehr Eisen? Überall ist Eisen. Ja, wenn nicht machen wir das wieder so wie beim letzten Mal. Graben wir uns einfach nach unten. Ist ja egal, wir müssen ja nur den Anschluss zu einer Höhle finden. Und ähm... Dann... Schauen wir mal. Wow, das war ja ein richtig langes Lied eben. Das ging glaube ich so 35 Sekunden oder so. Hammer. War glaube ich auch gerade gar nichts zu hören. Hier waren wir doch gerade. Da ist noch dunkel. Da ist noch dunkel. No, das ist unsere Mission. Einfach mal die Höhle ausleuchten. Komm her. Oh. Ich bin ja jetzt nicht so der chronische Cobblestone Setzer. Aber... Ich vermute mal, dass wir da einen Spawner vor uns haben. Ach ne. Ne, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Haben wir hier nicht die Mauer... Haben wir hier nicht die Mauer gesetzt, als wir uns hier versteckt haben? Als wir unser erstes Eisen eingesammelt haben? Ja, komm her. Genau, hier haben wir unser erstes Eisen eingesammelt. Wo ich denn noch gesagt habe... Nein, hier gehe ich nicht runter. Hier habe ich Angst, Mama. Ähm... Ja. Da ist auch noch dunkel. Naja, ist aber nur ein Abschnitt. Hier waren wir trotzdem schon. Dabei geht es zumindest richtig tief runter. Welche Höhe sind wir denn jetzt? Wir sind auf Höhe... 38. Höhe 38 ist mir noch ein bisschen zu hoch. Da werden wir auf jeden Fall keine Diamanten finden. Eisen haben wir hier ohne Ende. So. Und wir werden uns auch mal ein bisschen gesünder jetzt ernähren. Erst mal mal einen Apfel. Apfel ist immer gut. Warum sehe ich schon hier Eisen? Boah... Ich lass das Eisen jetzt mal liegen. Jetzt... So doof. Wo eine... Riesenhöhle. Und trotzdem gibt es hier... Boah, ist das dunkel hier. Trotzdem gibt es hier nichts. Außer Pilze. Da kommt noch ein Creeper. Weg, 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 weg. Oh... Das war knapp jetzt. Aber er hat uns einen neuen Weg eröffnet. Vielleicht sollte man einfach nur mal mehr graben. Dann würde man auch jede Sackgasse finden. Nicht nur die... Mann ey... Ist doch scheiße. Ich hasse diese Sackgassen. Obwohl, wir können uns ja mal hier ein bisschen weiter graben. Vielleicht finden wir hier ja noch irgendwas. In dieser Kiesgrube. Aber bis jetzt sieht es nicht so aus. Na gut. Wenn nicht, haben wir halt trotzdem ein bisschen Kies dabei. Schaden kann es ja nicht. Hm. Ne. Hier ist absolut nix. Ist doch kacke. Kacke. Ja. Darauf muss ich erstmal ein Apfel essen. Wir haben auch gar keine Fackeln mehr. Sehe ich gerade. Also sehe ich nicht. Das weiß ich. Aber... Wir haben Sticks. Wir haben aber keine Kohle. Weil wir die... Weil wir die ganze Kohle abgelegt haben. Schlau. Schlau sind wir einfach mal. Da ist Kohle. Sehr gut. Nehmen wir die mal mit. Dann können wir uns daraus neue Fackeln masseln. Ist ja alles halb so wild. Wir haben ja eine riesengroße Rohstoffquelle hier. Namens Höhle. So. Zack. 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 28 Fackeln. Das reicht nicht. So. 48 Fackeln dagegen sind schon besser. Autsch. Dann schauen wir mal hier. Da ist noch mehr Eisen. Lava. Keine Scheiße. Welcher Höhe sind wir denn jetzt? Immer noch. 37 38. Ist doch scheiße. Die kommen kaum voran. Die kommen kaum voran. Also die kommen schon voran. Entdecken immer mehr Orte wo so nix ist. Hammer. Und so zweite Spitzacke. Hacke. Ist auch bald weg. Spitzacke. Aber das ist alles nur schlimm. Wir haben es ja. Haben wir eine Werkbank bei. Und kein Eisen. Zumindest kein fertiges. Benutzbares. So. Hier haben wir auch wieder einen Hauch von nix. Sehr schön. Mann. Wat ein Fail ist dann das hier. Ich dachte wir machen hier eine dicke Höhlen-Erkundungstour und landen stattdessen in Sackgassen. Sackgassen. Eisen. Wo wir jetzt locker schon übern Stack haben. Aber ist egal. Wir nehmen es trotzdem mit. Ist ja quasi umsonst. So. Reicht. Das war es glaube ich. Jep. So dann geht es hier weiter. Scheiß Fleder muss ich nicht mehr so auf den Sack. So. Hier ist noch dunkel. So ein bisschen. Hier oben. Aber ich will eigentlich nicht nach oben. Ich will ja nach unten. So. Hier ist dunkel. Also dunkler wahrscheinlich. Aber es endet sowieso wieder in einer Sackgasse. Mann. Da wird schon wieder hell. Da waren wir noch schon mal. 100 pro. Jep. Hier waren wir schon mal. Super. Hey. Geil. Mann. Ne. Wir waren hier überall schon mal. Ist doch kacka. Ich habe ein Zombie gehört. Plus die Frage ist. Hä. Wo war das? Irgendwo da vorne war das. Hm. 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 Ja. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal glaube ich. Ohne Fackeln gesetzt. Klar waren wir hier schon mal. Scheiße. Wir waren hier auf jeden Fall schon mal. Also es ist auf jeden Fall keine gute Höhle hier. Ich weiß immer noch wo der Ausgang war. Ungefähr. Und äh. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Welche Höhle ist das wenn ich mich verlaufen habe. So richtig. Wenn ich mich nicht mehr nach Hause finde. Ne. Also. Normal halt. Aber nein. Ja. Hier haben wir uns noch lange gebuddelt. Am Arsch. Genau. Und dann sind wir da drüben bei dem Kieshofen wieder hoch. Nein. Ich hab gesagt wir sind da drüben bei dem Kieshofen wieder hoch. Nicht irgendwo anders runter. Ma. Gibt es doch nicht. So jetzt mal. So jetzt haben wir es. So nehmen wir mal hier rein. Nichts weiter. Wir landen immer wieder am Ausgangsort. Ausgangspunkt. Ausgangs. Ausgang. Hä ne. Ist ja auch eine Sackgasse. Hä. 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 Was ist jetzt hier. Wir haben auch noch nicht mal Gold gefunden oder so. Gar nichts. Nix haben wir gefunden. Nix. Also nicht nur nix. Sondern so gar nix. Nix. So noch ein Chicken Wing. Zwei Äpfel. Hammer. Ach das ist die Musik. Ich hab grad sagen. Hä. Ich dachte jetzt kommt hier so ein Zombie und der macht so. Hä. Naja gut. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Ich hab ja immer noch so ein bisschen Hoffnung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher ob wir hier. Blablabla. 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 Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob wir jemals überhaupt irgendwas finden. Außer Eisen und Kohle. Und Sackgassen. Alle drei Kilometer kommt mal so ein Zombie vorbei. Oder ein Creeper. Oder ansonsten habe ich nur Sackgassen am Arsch. Gibt's ja nicht. Ja. Das Eisen lasse ich jetzt hier aus Trotz. Weil wir haben fast anderthalb Stacks. Das reicht erstmal wieder. So hier geht's nochmal ein bisschen runter. Aber es endet sowieso wieder in der Sackgasse. Ich sehe das doch schon kommen. Sackgasse. War klar. War so klar. Ich buddel mich jetzt gleich nach oben. Reicht mir. Keine Lust mehr. Also Lust halt ja immer. Schon. Aber irgendwie ist das doch mehr als enttäuschend hier. So ein riesengroßes Areal. Da war ja auch eine Sackgasse. So ein riesengroßes Areal. Und dann endet das im Nichts. Oh. Nach oben. So ist fein. So ist fein lieber Creeper. Lass es einfach raus. Oh. Zwei Creeper sind dann doch ein bisschen zu viel. Zack. So. So. Knapp. Stopp. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht jetzt hier aus. Durch Zufall haben wir das hier mal gefunden. Wir haben schon ja. Wir haben noch Kohle. Wir haben noch Sticks. Alles kein Problem. Also Fackeln haben wir jetzt so gesehen noch ein paar. Jetzt haben wir sogar ein paar mehr. Also Fackeln haben wir jetzt auch genug. Fürs erste. Sackgasse. Aber das ist auch schon hier eine Sackgasse. So ein Rundgang. Toll. Was soll denn das? Hier ist nichts. Blumen. Toll. Unter der Erde. Super. Hammer. Unter der Erde. In der Höhle. Sehr lohnt. Diesen Krieg anzufangen. Mit den Monster Viechern. Vielleicht sollte ich nicht immer rennen. Dann haben wir vielleicht auch nicht immer so viel Hunger. Kies nehmen wir noch mit. Den Cobblestone. Überall noch Eisen. Also Eisen wissen wir auf jeden Fall wo wir hingehen können. Bei Kohle wissen wir auch wo wir hingehen können. Da müssen wir nämlich bloß mal zwei Meter vor unser Haus gehen. Oh guck mal hier. Oh jetzt wird schon mehr richtig was los. Ah die kloppen sich. Da müssen wir uns natürlich nicht ein. Wer wird gewinnen. Dieses spannende Battle. Hallo. Wasser kommt von weiter hinten. So einer hat das Battle gewonnen. Und der andere hat verloren. Tja. Und am Ende haben sie doch beide verloren. Tü 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 tü. Tü tü tü. Also irgendwie. Ist die Höhle kacke. Und ich renne schon ja. Sollte ich nicht tun. Wir haben nämlich nur noch einen Apfel. Wir müssen uns gut einteilen. Liebe Kinder. Wir müssen uns das einteilen. in unser Essen. Da ist ja noch ein Skelett. Und da ist dunkel. Ne. Nur schlampig ausgeleuchtet. Alles klar. Malz. Komm. Komm. Hier. So. Jetzt können wir den Apfel mal essen. Ist auch noch dunkel. Und da ist auch dunkel. Ist überall jetzt dunkel. Toll. Da ist Lava. Ja. Jetzt haben wir wahrscheinlich den Ort gefunden. Den wir brauchen. Mal für den Notfall haben wir noch verrottetes Fleisch. Aber wir dürfen jetzt einfach nicht mehr rennen. Welche Höhe sind wir jetzt? 29. Toll. Ist immer noch ein bisschen. Zu hoch. Da ist eindeutig ein Spawner. Jetzt haben wir mal einen gefunden. Da ist Gold. Wir kommen der Sache näher. So. Brot. Schaltplatten. Boah. Ruhig Brauner. Ein Eimer. Und ein Namensschild. Dann kommen wir von den Spawner ab. So. Dann können wir auch die Moossteine mal mitnehmen. Wer weiß wann wir die nochmal brauchen. Ich höre aber irgendwo noch mehr Zombies. Dann nehmen wir das Gold auf jeden Fall noch mit. Ich denke mal Diamanten werden wir jetzt so gar nicht weiter suchen können. Bei uns gehen echt die Ressourcen aus. Also Essen. Ich denke mal doch dass wir die ganzen Steaks halt mitnehmen sollen. Tja. Ich würde auch gerne mal den Aufenthaltsort von dem Zombie hier jetzt ausfindig machen. Aua. Der klingt so nah. Der klingt verdammt nah. Er ist quasi schon in mir drin. Also. Ne. Das klingt falsch. In meinem Kopf. In meinem Ohr. In meiner Nase. Keine Ahnung. Da ist auch noch so ein Steinchen. Oh guck mal hier. Direkt daneben. Da ist einer. So. Und da kommt schon wieder ein Creeper. Und ein Skelett. Eine Spinne höre ich. So jetzt haben wir noch ein bisschen Gold eingesackt. Aber es ist immer noch nicht das, was ich ursprünglich gesucht habe. Weil eigentlich wären ja so ein paar Diamanten gar nicht mal so kacke gewesen. Da ist die Spinne. So. Dann können wir hier so mal machen. So. Ist mal völlig hardcore sortiert hier. Da ist Lapis. Lapis Lazuli. Der Rohstoff den kein Schwein braucht. Und den wir nicht mitnehmen können. Weil unser Elementar voll ist. Toll. Was lassen wir hier dafür. Fäden. Wow. Ich war gerade beim Sortieren. Also bitte störe mich nicht. Lieber. Zombie-Typ. Okay. Ist auch nichts weiter. Ach. Ich renne schon wieder. Da ist noch ein Zombie. So. Wenn wir hier rauskommen sind wir wahrscheinlich Level 9000. So. Da ist schon wieder eine Spinne. Die spinnt wohl. Da. Sehe ich von hier aus. Dias. Meine Freunde. Komm mal her.